Fortnite liegt momentan aktuell im Trend. Was hat denn Fortnite mit euch jetzt zu tun? Unsere amerikanische Muttergesellschaft Rubies hat sich auch diese Lizenz gesichert und somit hat auch die Tochtergesellschaft Rubies Deutschland die Kostüme im Sortiment und die laufen sehr, sehr gut. Die Nachfrage ist sehr groß. So haben wir diese drei Kostüme eben jetzt bei uns im Vertrieb und entsprechend die Waffen, die in dem Spiel eben auch eine große Rolle spielen, sodass wir da eben auch den Fans Fortnite liefern können. Sehr schön. Meins ist in der Mitte. Sehe ich schon. Ja.